Wenn ihr einen Shelly korrekt angeschlossen habt, das ein WiFi-Signal aussendet, so ist dieser bereit, um ihn in eure Shelly App aufzunehmen. Sobald ihr die App öffnet, erkennt diese das neue Gerät und schlägt euch sofort vor, dieses Gerät aufzunehmen. Lasst die Buttons bei Deaktivieren Sie Bluetooth und Deaktivieren Sie den WLAN Access Point aktiviert und klickt auf Gerät hinzufügen. Das Gerät wird nun initialisiert und hinzugefügt. Das Gerät wurde nun erfolgreich hinzugefügt, ohne dass man etwas tun muss. Vergebt nun einen Namen und ein Bild für das neue Shelly Gerät. Dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, das Gerät noch einem Raum hinzufügen. Das war's. Ihr könnt das Gerät nun nutzen. Z bog'Institut